Unser Team ist geschult auf nationalen und internationalen Kongressen. Wir treffen uns regelmäßig zur Fallbesprechung, wo insbesondere schwierige Fälle besprochen werden und wo jeder seinen Input geben kann, wie es im individuellen Fall weitergehen soll. Außerdem sind wir ISO-zertifiziert und so sind das auch alle unsere Prozeduren, die aber dann auch entsprechend der neuesten Wissenschaft und Forschung immer aktualisiert werden. Wir im Wunsch-Baby-Institut Feichtinger haben eine Abteilung für die Andrologie, für die Embryologie und ein hausinternes Genetik-Labor.